Der nachfolgende Clip wurde von ausgebildeten Profis gedreht. Jegliches Nachmachen der Übungen ist auf eigene Gefahr. Normal aufstehen ist langweilig, also lasst es uns im Ninja-Style mit der sogenannten Nackenkippe machen. Check ab, dass du vorher eine Kerze machen kannst. Leg dich erstmal auf den Rücken und übe es aus einer halben Kerze, so mit den Beinen und der Körperstreckung nach oben zu poppen. Am Anfang sieht das bestimmt so bei dir aus. Aber keine Sorge, das ist ein guter Anfang. Versuch mal zu Beginn die Hände als Unterstützung zu nehmen und drück dich mit den Händen zusätzlich bei der Popbewegung nach oben. Das sollte dir die notwendige Höhe geben. Und dann taste dich Schritt für Schritt einfach an den Move ohne Hände heran. Alles reine Übungssache, achte aber stets auf die einzelnen Bewegungskomponenten und eine explosive Streckung nach oben. Es ist noch kein Ninja vom Himmel gefallen, also tob dich aus und viel Spaß beim Üben.